Ich bin heute die Fliege, du bist Dings. Wir sind heute hier back bei Slap The Fly. Doch, du bist jetzt Dings, der standardmäßige Bubi. Oh mein Gott, wie crazy das hier aussieht. Irgendwie mega nice. Was ist denn, ist das hier der Saloon oder was? Mega nice. Das hier ist der Saloon. Was ist das für ein verrückter Mensch? Kleiner Richto. Ey, guck mal, ich kann einfach easy hier oben bleiben. Ich kann das Klavier nehmen. Ich habe einfach geschrieben. Der Typ spielt nicht mehr. Loool. Was? Okay, crazy. Schmeiß jetzt das Klavier doch dir. Was willst du machen? Wer spielt hier wieder Musik? Was willst du machen? Ich piekse dich jetzt. Wo bist du? Oh, ich werde dich jetzt erstmal slapen. Oh, was? Was? Guck mal, kriegst du mich eigentlich hier oben? Niemand kommt an meinem Saloon vorbei. Niemand kommt an meinem Saloon vorbei. Denkst du, du kriegst mich hier oben? Du weißt ja nicht mal, wo ich bin. Absolut gar nicht, wo du bist. Ja, dann such mich doch mal. Obwohl ich so groß bin, kannst du mich nicht mal finden, oder was? Ich sehe dich nicht. Hast du wieder irgendeinen Bug gefunden, oder so? Nee. Locker finden wir hier auch wieder. Such mich doch. Komm, komm, komm. Du weißt ganz genau, wo ich bin. Such ganz genau weiter. Hast du mich immer noch nicht gefunden, obwohl ich so groß bin? Chill, 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 chill. Hä? Hast du auch diese coole Countrymusik? Yeah. Hä? Ein echter, ein echter, guck mal, du kannst mich einfach nicht finden. Wo suchst du denn? Also ich habe mich hier in den besten Ort der Welt versteckt. Ah, lol. Da bist du ein Loch. Jetzt habe ich dich. Komm her. Du kleiner Wichto. Ich bleib einfach hier oben. Du bist voll am Durchdrehen da unten, gell. Und wie ist das Wetter da unten so? Ich würde super gerne dich auch beißen können, oder so. Ah, nein! Oh mein Gott, okay, jetzt kriegst du mich aber nicht mehr. Ich sag dir, jetzt mache ich Dings. Jetzt verstecke ich mich hier. Ich verstecke mich jetzt. Kann man hier auf den Balkon raus? Ich verstecke mich. Ich bin versteckt. Du bist versteckt. Ja, ich bin jetzt versteckt. In Fachkreisen nennt man dich auch den. Ich habe hier gerade Summen gehört. Wo ist das? Okay. Ich weiß, wo du bist. Was denkst du, wo ich bin? Hier oben. Ah, ich habe Angst. Hey, wo bist du? Bist du beim... Hä? Du bist aber nicht an der Decke, gell? Nein. Ich bin jetzt auch mal versteckt. Bist du mit deinem Tresen? Nee. Soll ich dir einen Tipp geben? Warte. Einen kleinen Tipp. Mach mal Mäuschen, mach mal Piep. Piep, piep. Nachdem hat sich doch irgendwas bewegt, oder? Du bist doch hier irgendwo beim Klavier bestimmt. Zzzzzzzz. Ah, da. Zzzzz. Oh mein Gott. Was? Wie hast du mich gekriegt? Ich war doch voll in der Luft. Easy going. Da muss ich aber sagen, ich habe dir auch viele Dings gegeben. Ich habe dir auch viel, viel Fallout gegeben. Okay, let's go. Ich muss sagen, mein Spiel war gerade in einem ganz kleinen Fenster, deswegen... Ja, würde ich jetzt auch sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Ich bin übrigens schon Level 3. Okay, nice. Launch Game. Connected Players. Okay, lass noch mal Saloon, aber diesmal bist du Dings, okay? Okay, aber diesmal werde ich dich richtig auseinandernehmen. Einfach so richtig zack, zack. Oh mein Gott. Ich kann die Oma nehmen. Oh, du hast einen neuen Charakter. Wild. Ich nehme aber die Fliege. Alter, es gibt auch bald die Ratte, Mann. Man kann auch einfach bald eine Ratte spielen. Drei, zwei, eins. Let it rip. Dieser Typ spielt hier wieder Musik, ey. Warte mal, wie heißt denn dieses Lied? Wir kennen das doch, Lars. Ja, ja, das ist Dings. Was hatte ich damals? Guck mal, jetzt spielt der andere Musik. Oh mein Gott, hast du hier eine andere Musik schon? Boah, wie geht das? Der Beatbox ist jetzt gerade. Was ist die Superkraft der Oma? Die Superkraft ist der Besen. Oha, die ist voll schnell, Junge. Oha. Wow, 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 wow. Was bist du? Bist du eine Biene? Bist du eine Mücke? Was bist du? Oha. Komm her. Die Omi. Du dummes, dummes Klavier. Ha. Hey. Er spielt einfach immer noch Klavier, obwohl er tot ist. Wo sind meine Zähne? Er hat meine Zähne geklaut. Komm doch her, Oma. Willst du einen Drink oder was? Komm, wie war. Ja, er gibt mal einen Drink. Hier, willst du einen Drink? Hier, trink den Drink hier, Mann. Oha. Ich trinke jetzt diesen Schnaps hier. Oder ich schmeiß den Typen einfach. Guck mal, wie er runtergefallen ist. Oha, aber er macht trotzdem noch fette Mucke. Ja, Mann. Der hat auf das Klavier nach mir zu schmeißen. Willst du einen Drink oder was, Omi? Ich fliege jetzt in deinen Hintern rein. Ach, Junge. Ich verstecke mich jetzt vor dir. Ich bin eine wahre Biene. Nein, ich bin eine Fliege eigentlich. Ich bin keine Biene. Komm mal rein. Komm mal rein in die gute Stube. In die gute Stube. Du wirst mich niemals bekommen. Nein! Oma, willst du einen Drink oder was? Willst du einen Drink? Komm, hol dir den Drink, Oma. Hier bin ich. Ich betrink mich jetzt. Ich bin die Säufer-Omi. Omi, ich möchte ein Bierchen. Jo! Oh, das war heftig. Das war heftig. Okay, nice, nice. Das war heftig. Okay. Okay, dann lag du mich einfach dann gleich als Oma. Ich jag dich als Oma und das wird wild. Ich habe wieder die Wespe genommen. Das war vielleicht nicht die klügste Idee. Let's, let's say go. Oh mein Gott. So viel. Diese Oma sieht so gruselig aus, ey. Hä, wo bist du? Sag dich kaputt. Hey, ja. Bam, gepikst. Au, au. Wo bist du? Da. Hey. Lacka somebody. Hey, ja. Au, wa. Da, da. Alter, ich treff dich nicht in dem Besen. Was soll denn das? Ich krieg, ich kann dich auch nicht pieksen. Wo bist du? Geh weg. Oh, eins gegen eins. Pfostkampf. Aha. Oh, oh, oh. Und jetzt gibt es nochmal den hier zum Schluss. Oh, pss. Nein. Komm her. Komm, machen wir einen Luftkampf. Hä? Ich mache jetzt Kamikaze. Kamikaze-Angriff. Ja. Alter. Aber du hast mich noch gestochen, Mann. Hätte ich eine Allergie gehabt, wäre ich gestorben. Ja, genau, genau. Okay, lass mal, lass mal einfach in der nächsten Runde Dings. Lass mal einfach in den wilden Klassenraum. Du einmal, ich einmal, okay? Der wilde Klassenraum. Okay. Zack. Machst du dann der Lehrer? Ja, genau. Lass uns ins Klassenzimmer gehen. So, jetzt bin ich wieder hier Dings. Roman als der Lehrer. Okay. Ich mache die Dings, die Wespe. Die Wespe. Es beginnt. Klassenzimmer. Let's go. So, warte, ich muss dir kurz was beibringen. Warte. Oh, oh. Warte, warte, warte. Hinsetzen. Okay. Oh, mein Stuhl ist runtergefallen. Ich muss den anderen Platz nehmen. Nehmen Sie bitte den anderen Platz. Okay, ich nehme ja schon den anderen. So, guten Tag, Herr Fliegen. Hallo, Ruhe in meinem Klassenzimmer. Oh, ich habe dich mit dem Tafelschwamm abgeworfen. Ich muss hier abhauen. Ich muss hier raus. Bitte machen Sie die Tür auf. Okay, man kann hier auf jeden Fall einige... Oh, oha. Oha. Man kann hier die kompletten... Oh, oh. Ich bin allergisch gegen Wespenstiche. Das ist echt so, Roman. Das ist wirklich allergisch gegen Wespenstiche. Da hast du noch mal einen. Ich nehme meinen Aktenkoffer und werde dich damit verprügeln. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Kann ich nicht einfach diesen Tisch... Oh. Oh. Kreuzstab. Da hast du einfach die Wespe weggewespelt. Oh, mein Gott. Chillige Runde. Bist du schon Level 4 gleich? Äh... Ich bin Level 4, ja. Ich bin Level 4. Echt? Let's go. Noch eine Runde. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, weiß ich nicht. Launch Game. Müssen wir mal gucken. Schauen wir rein. Wir gehen ins Klassenzimmer. Waiting for the game. Waiting for gamers. Nee, es gibt nur... Oh, doch. Ey. Oh. Bist du eine Spinne? Ich habe eine Spinne. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Komm her. Oh. 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 Oh, mein Gott. Das sieht so gruselig aus, Mann. Oh, Gott. Was? Bist du Spider-Man, Digger? Oh, 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 oh. Oh. Hilfe. Einfach so eine Spinne, die so Affengeräusche... Oha, die ist voll Gras, Junge. Geh weg, Spinne. Oh. 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 Geh weg, Spinne. Geh weg. Die kann nicht mal rennen. Weg mit dir, Spinne. Die Spinne kann nicht mal rennen. Die kann gar nichts. Die Spinne ist voll low. Echt? Ja. Was kann die Spinne noch? Kann die mich beißen? Beiß mich mal. Keine Ahnung, es gibt nicht. Hä? Kannst du mich gar... Nein. Kannst du nur so wegfliegen, ne? Komm her, mein kleines Spinnchen. Ich bring dich in den Müll. Oh, wer... Zich, zich. Ich bin die Ebenenspinne. Zich. Oh. Ich versuch, dich grad abzuwerfen. Aber kannst du vergessen, Junge. Ich bin die Ebenenspinne. Wetten, ich schaff's, dich abzuwerfen. Wo bist du? Du weißt doch nicht mal, wo ich mich verstecke. Doch hier an der Tür irgendwo, oder? Nö, ich bin versteckt. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das gibt richtig... Das gibt Nachsitzen. Das gibt, glaub ich, echt Nachsitzen. Ja, was soll denn das? Wo bist denn du? Soll ich dir einen Tipp geben? Ich schmeiß gleich die... Oh. Ich kann dich da gar nicht erwischen. Aber ich... Oh. Ja, okay. So geslappt. Ja, okay. Krass, krass. Willst du auch mal Spinne sein? Willst du mal gegen die Spinne spielen? Ja, okay. Einmal, einmal. Let's... Fresh, fresh. Let's go. Yeah, let's do this. It's fresh. It's freaking, freaking fresh. Bist du auch Level 4? Yeah, yeah, yeah. Spiel jetzt die Spinne und dann werde ich dich beißen. Ha! Ich bin Omi. Ich bin Spinni. Ich bin die Oma und ich muss Dings eigentlich unterrichten. Bitte hinsetzen! Hins... Was ist das ein Toaster? Was ist das hier? Ah, du musst die Spinne nur richtig spielen, Mann. Die ist wild, wenn du die drauf hast. Komm, versuch mich mal zu töten. Alter! Ah! Oh mein Gott, die ist eklig. Uhuhu! Ja! Ich bin die Spinni. Wo bist du? Spinni, Spinni, Spinni. Wuhu! Ich bin die Spinne. Die Spinne der Wahnsinnskraft. Du bist einfach ein Spinner. Ich bin ein Spinner, denn ich spinne so viel. Aber guck mal, du kannst mich gar nicht erwischen, Mann. Die Spinne ist richtig heftig, Mann. Wenn du die schnell genug machst, dann ist die krass. Wuhu! Guck mal, ich fahre Dings. Karussell hier. Ui! Karussell! Juhu! Jetzt krieg ich dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt krieg ich dich. Ja! Oh! Oh oh. Tja, niemand legt sich mit der Rumi an. Ich muss weg, Jungs. Ciao! Ui! Oh! Get on the spinnentrain! Oh, Junge! Ja! Du hast mich getroffen! Du Spinnenmörder! Dich krieg ich jetzt. Ein letztes Mal noch. Ich werf dich mit dem Müll ab. Du wirst mich niemals treffen. Oh mein Gott, du bist voll in mein Gesicht geflogen. Ich bin voll erschrocken. Ich hab dich einfach angegelt. Oh mein Gott. Gott, oh Gott. Das war eine wilde, wilde Runde, Leute. Lass ein Like da, falls ihr Bock auf mehr habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut's da rein. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski, yo. Moin, moin, Leute. What up, what up. Heute gibt es noch wieder eine nice Runde. Slap the fly. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich bin wieder die Oma. Was willst du? Ich bin die Oma. Oh, wir sind Dings in der Subway. Was passiert eigentlich, wenn ich auch die Oma wähle? Ah, nee, das geht nicht. Geht gar nicht. Oh, ich bin die Fliege geworden. Let's go. Oh, okay. Subway ist krass. Subway ist krass. Hier gibt es eine Tasche. Was hast du eigentlich genommen? Ich habe die Fliege genommen, aber ich verstecke mich. Okay, ein bisschen Angst habe ich schon. Oh, da ist sie. Die stinke Mücke. Nein, ich kriege dich auf den Boden nicht. Aber vielleicht kann ich dich hier mit dem Besenstiel. Aber hier gibt es richtig viele Sachen, wo man drunter und drüber fliegen kann. Ja, übelst. Das ist richtig stark. Du wirst mich hier, glaube ich, niemals fangen, Mann. Ja, ich kriege dich gar nicht. Ja, einen. Ein Hit. Oh Gott. Okay, noch zwei Treffer muss ich landen. Okay, cool bleiben. Du wirst mich nicht treffen. Warte, ich muss Dings die Oma machen wieder. Wer hat mein Gebiss geklaut? Wo ist mein Gebiss? Junge, die ist da... Lol. Wohin fahren wir überhaupt? Kann mir jemand sagen, wo wir hinfahren? Hast du überhaupt ein Ticket? Diese Mücke hat kein Ticket. Slap. Und der letzte. Slap. Mist, ich habe gedacht, ich kriege dich jetzt. Was waren sie da unten, junger Mann? Du kriegst dich nicht. Slap. Slap. Ich kriege dich da unten nicht raus. Aber weißt du was? Vielleicht kriege ich meine Tasche. Oder nochmal meine Tasche. Juhu. Wow. Dieses Spiel ist so dumm. Ich werfe dich hier mit diesem Buch ab jetzt. Bam. Sniper-Schuss. Hör auf, nicht auf zu snipern. Alter, die Oma ist richtig schnell, Mann. Die Oma ist heftig. Dieser heftig. Dankeschön, dankeschön. Ja, die Oma ist echt crazy. Das ist einfach die Oma des Wahnsinns. Das ist einfach die Oma des Wahnsinns. Okay, wollen wir nochmal Subway? Ich finde es cool, dass ich meinen eigenen Charakter habe, Mann. Wir machen jetzt nochmal Subway. Du musst unbedingt mal... Aber nimm dir einen zum Fliegen auf jeden Fall. Kannst du die Spinne mal probieren? Ich kann die Ratte spielen. Echt? Wollen wir Ratte machen? Ja, mach mal Ratte. Okay, ich gehe jetzt in die Ratte rein. Let's go. Huuu. Es beginnt. Was kann die Ratte für... Ich kann dich beißen, glaube ich. Nein. Echt? Ja. Die Ratte in ihrer natürlichen Lebensform. Und Ratte ist schon unangenehm. Oh mein Gott. Quietschi, quietsch. Oh mein Gott. Kann ich dich beißen? Oh. Oh mein Gott. Oh, ich wurde geslapft. Was ist passiert? Ich hab ein Rattengift bekommen. Mein ganzer Bildschirm leuchtet. Komm her, du kleine, fiese Ratte. Ah, Hilfe. Der Typ ist durchgedreht. Zuh. Zuh. Ah, diese Kamera. Ah. Oh ja, das hast du davon. Wo bist du hin? Ich versteck mich vor dir. Wo bist du? Moinsen. Ah. Yo, da ist einfach so ein Buch geflogen. Oh mein Gott. Was? Oha, wie viel Leben hat die denn nur? Was? Du hast mich gekillt. Humans win. Das ist voll heftig, wenn man von der Ratte gebissen wird. Ja, ja. Was bist du für ein Level eigentlich? Ich bin jetzt auch Level 5. Ich kann auch die Ratte spielen. Oh, 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 oh. Jetzt geht's richtig ab. Okay, jetzt spielst du mal gegen die Ratte, ey. Okay. Oh mein Gott, das ist voll wild. Pass auf, pass auf, pass auf. Die Ratte, die Ratte, die Ratte, die Ratte, die Ratte, die Ratte, die Ratte. Soll ich Oma wieder machen? Ich glaub, ich mach den Kammerjäger hier drinnen. Hat jemand einen Kammerjäger gerufen? Ich glaube schon. Oha, die Ratte ist ja richtig eklig. Ja Mann, die ist mega eklig. Guck mal, ich bin so ein Kammerjäger. Guck mal. Guck mich mal an. Warte. Ich bin so ein Kammerjäger, der macht so... Iiii. Ah, Hilfe. Geh weg. So, geh weg von mir. Einfach so abspritzen. Ah, Iiii. Oha, was? Oha, Alter. Ich glaube, die Ratte kann dich töten, Lars. Ich weiß es nicht, aber das ist schon krass. Ich glaube, wenn du oft genug von der Ratte gebissen wirst, ich glaube, dann stirbst du. Oha. Oha. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Was kann die Ratte noch? Oh mein Gott, Jaslap. Oh mein Gott. Wurdest du auch gebissen? Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so krass. Komm her, komm. Ich bin dir die Ratte. So, als Kammerjäger einfach so... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist eine Ratte. Iiii, mach sie weg, mach sie weg. Ich hab Angst. Du wartest auf mich, aber ich werde dieses Spiel nicht mit dir spielen. Ich mach diesen. Ja. Oh mein Gott. Du lebst noch? Das ist immer ein Schlagabtausch. Ich hab dich dreimal jetzt, glaube ich, gedingst. Ich höre... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja. Okay, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Oh Mann, du kannst mich immer noch anzeigen, obwohl ich dich angegriffen hab. Es wär so nice, wenn's ein Update geben würde, dass man mit der Ratte auch jemanden killen kann. Das wär saulass. Alter, wenn die Ratte dich killen kann, das wär heftig, Mann. Das ist so ein 3-3 oder so ein 5-3 oder sowas, dass man halt nicht stirbt direkt, weißt Okay, wir gehen jetzt ins Fastfood-Restaurant. Fastfood-Restaurant? Ja, Mann, ich will dir einen Burger verkaufen. Okay. Do you want a burger? Dann bin ich aber die Mücke, weil es passt nämlich richtig gut in deinen Fastfood-Laden. Give me that burger, man. Okay, warte. Ich fühl mich hier... Hier fühl ich mich wohl, hier beim Müll. So, guck hier. Das ist mein... Wie groß ist denn die Karte? Wow, die Karte ist riesig, Mann. Keine Ahnung, wie groß das hier ist. Willkommen bei Burger King. Was wollen Sie kaufen? Moinsen. Moinsen. Warte, warte. Was hören Sie? Ey, Junge. Du hast einfach so nach diesem Ding da haben wir geschmackt. Schmeiß dich gleich auf den Grill. Los, komm, arbeite! Oh, die ist... Hier gibt's ein Klo. Klo. Nimm diesen Burger hier. Isst diese Pommes selber. So, wo ist denn diese Flieger, die ihre Pommes wollte? Da! Da ist die Pommes. Kann ich hier raus? Oh, ne, leider nicht. Wir sind hier bei McDove. Kennst du die Leute, die McDove sagen? Kriegst jetzt erstmal deine Pommes. Oh, komm her, los. Ich überleb sowieso dieses Mal. Moinsen. Oh! Aha. Oh nein, ich bin in die Kühltruhe. Ich bin in der Kühldings. Das... Hier kriegst du mich sowieso nicht hier oben. Ah! Nein! In der Kühltruhe... Nein! Zwei! Oh mein Gott! Was? Junge, wie krass! Wow! Das war heftig. Das war richtig heftig. Da hab ich einfach drei Schläge direkt, ey. Kurzen Applaus für dich, Roman. Dankeschön! Dankeschön! Uh! Sonn dich. Sonn dich in deinem Ruhm. Okay. Dann lass nochmal. Weißt du wen ich spielen werde? Den König aller Könige. Und zwar... Den Spinnenmodus. Ich spiel die Oma. Okay. Hallo? Ich hätte gern so einen Krabbenburger, bitte. Gib mir einen Burger, Mann! Gib mir einen Burger, sonst rast ich aus, ey! Will auch einen Burger? Was steht denn da drauf? Caesar, sell it! 5 Dollar! Junge, wie teuer, ey! Ah! Boah! Ich bin voll erschrocken einfach! Die Spinne ist hier, glaub ich, nicht so die beste Wahl, Bro. Yo, was? Du machst hier einfach alles kaputt? Ich bin die tollwütige Spinne! Hier kann man es einfach so... Oh, lol! Du machst hier einfach alles durcheinander! Die tollwütige Spinne! Die tollwütige Spinne! Und sie fliegt und sie geht, wo auch immer sie hin will! Das ist... Wie cooler wäre es, wenn die Spinne noch so an die Decke könnte oder sowas. Oh, wenn die da hängen könnte, meinst du? Ja. Komm, jag mich doch! Mach ich! Omi! Ich hasse Spinnen! Ja! Wo bist du? Ich bin auf die Toilette gegangen, ich musste mal pipi. Achso, natürlich. Der Klassiker... Ah! Jawoll! Das ist dein Untergang, Spinne! Jawoll, Ski! Ja, das ist eine schwierige Karte für Spinne. Spinne ist richtig schwierig hier drin, glaub ich. Du brauchst... Im Klassenzimmer war die Spinne schon echt krass. Ja, ich glaub echt, da war es ziemlich OP. Ja, ja, ja. Okay, warte. Ich muss jetzt mich auch kurz... Ich muss ganz kurz überlegen, was ist hier vielleicht richtig krass? Maybe... Ne, du hattest grad vorhin die Fliege, oder? Ja. Okay, pass auf. Listen. Listen, listen. Yeah, yeah, yeah. Okay. Ich glaube, ich gehe... Ich gehe, Dings. Bodenangriff. Bodenangriff? Ja, ich bin im Bodenangriff. Dann gehe ich, Dings. Dann werde ich meinen Radioaktivanzug anziehen. Oh, was ist denn der Bodenangriff? Tja, der Bodenangriff ist ziemlich gut versteckt, würde ich mal sagen. Die bessere Frage ist, findest du mich? Oh nein! Im Kühlraum also, oder? Nein! Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Jetzt habe ich dich. Ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir eine Chance. Ah! So, aber jetzt lasse ich dir nie wieder eine Chance, okay? Oh nein! Oh nein! Alter! Lars, komm mal her! Komm mal in den Kühlschrankraum! Nein, nein! Bitte! Aber du killst mich! Bitte, komm da hin! Komm rein! Geh da rein! Okay. Geh da rein! So, Rinder! In den Schrank! Lol! Funktioniert gar nicht! Du kleine, fiese Ratte, du! Du Kleiner, ich werde dich mit nem Burger abschmeißen. Du wirst tot durch Brot erleiden! Hörst du mich? Tod durch Brot! Wo bist du, du kleine Ratte? Ich finde dich. Bist bestimmt auf der Toilette. Eigentlich sollte man meinen, dass ich auf der Toilette bin, aber bin ich nicht. Ich werde dich gleich mit nem Pömpel einfach totpömpeln. Oh, nice. Danke, Mann. Und durch Pömpel! Ah! Da liegt ein Burger auf dem Klo! Let's go! Oh mein Gott! Da bist du! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, jetzt rast ich aus, Mann! Wo bist du? Ich nehme das ganze Restaurant auseinander! Ratten! Hallo, bleib mal auf dem Teppich! Bleib mal auf dem Teppich! Ratten! Ratten! Ich hasse Ratten! Ah! Ich mache hier den ganzen Laden kaputt, Mann! Oh mein Gott! Was? Du bist in meinen Rage reingelaufen einfach. Ich bin einfach gestorben, weil du dich des Todes geraged hast. Okay, wollen wir noch eine, noch einmal machen? Einmal noch. Ja, willst du Jäger sein oder willst du Dings sein? Letzte Runde entscheidet. Ich glaube, ich bin derjenige, der huntet. Okay? Okay. Dann lass mal. Was wollen wir machen für eine Map? Irgendwas richtig kompliziertes. Saloon? Ich würde das Büro wieder spielen. Ja, okay, wir gehen ins Office. Okay, jetzt machen wir letzte Runde entscheidet. Ich bin Dings. Ich bin Oma im Büro, weil ich nämlich Dings bin, sozusagen. Ich besuche meine Enkel, denen gehört hier der Laden, deswegen... Und ich werde mal wieder meine Künste einer Spinne auf den Zeiger legen. Rudi, sag mal! Wo ist denn eigentlich hier... Rudi! Ich bin mit dir am... Rudi! Rudi! Du dummes... Dummes Kent! Du dummes Heder-Feder! Oh nein! Oh mein Gott, Alter, die Spinne hat hier richtig ihren Auftritt, Mann. Ich sag's dir. Echt? Gar nicht gemerkt. Ich raste jetzt komplett aus als Oma. Ja, komm. Gib mal richtig viel Mühe. Rrrrraa! Ich bin Hulk! Oh. Boah. Warte, ich hab hier den Besen. Okay, komm doch her, fang mich doch. Catch me! Try me! Try me! Try me! Ah! Wo bist du? Bin schon fünfmal an dir vorbeigeflogen. Hä, Oma? Muss man... Alter, Junge, ist richtig. Das Büro ist brutal für die Spinne. Alter, ist das OP. Die Spinne ist überheftig. Alter, ist das OP. Die Spinne ist überheftig. Spinne, Büro ist so OP. Okay. Ah, komm. Try me! Try me! Ah, jetzt schwitzt du richtig in der Aufnahme. Alter, kannst du voll vergessen. Kannst du voll knicken. Oma Büro ist... ist kritisch. Boah, ich glaube... Ja! Oh mein Gott. Niemals. Diese finale Runde, die werde ich gewinnen. Ich werde den Sieg heute mit nach Hause bringen. Leute! Jau! Oh mein Gott, jetzt wird's knapp. Der war brutal, der war brutal. Okay, Spinne war... Spinne war... Spinne ist so krass schwer zu bekommen. Oh mein Gott. Ich werde jetzt meine... meine letzte Taktik auspacken. Das ist eine sehr schlechte Taktik. Ich muss diese Taktik... Diese Taktik muss funktionieren. Das ist die... So viel zu übertrieben. Ich kann nicht mehr. Ich hab echt mein Bestes probiert, Mann. Das ist aber auch ultraschwer hier drinnen. Ja, Mann. Ich hab grad echt... Ich bin geflogen durch dieses Büro. Alter. Das war krank. Nice. Das ist cool. Das war auf jeden Fall Slap the Fly für heute, Leute. Hau da rein. Machen Sie's gut. Bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Yo, Leute. Was geht ab? Willkommen bei dir back zu Slap the Fly. Und zwar haben wir in der letzten Folge nämlich gewonnen. Und jetzt können wir hier diesen Typen auswählen. Das hab ich auch schon direkt gemacht. Wir haben jetzt hier nämlich einen neuen Skin in der Hand. Ne, hab ich nicht. Ich hab den gar nicht ausgewählt. Ha! Profi am Werke. Du hast den erhalten, aber dann in der nächsten Runde. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ich kenn die Karte hier noch gar nicht. Ich auch nicht. Ist es hier nur diese Map? Oder kann man hier nur noch raus? Ist es nur das? Ich glaub, hier kann man... Ist es nur das? Ich glaub, es ist nur dieser Raum hier. Ist es einfach nur ein Raum? Aber es ist halt auch sehr schwer. Weil ich komm von unten nicht nach oben so einfach. Warte mal, vielleicht gibt's hier... Ja, ich kann ja hier einfach nur im Kreis die ganze Zeit fliegen. Du kannst theoretisch... Guck mal. Ey, ich kann einfach die ganze Zeit im Kreis fliegen. Dann kriegst du mich ja gar nicht. Was ist das für ne Karte? Ist echt so, Mann. Wie, was willst du denn da machen dagegen? Ich mach diesen hier. Bam! So in der Luft. Okay, komm, wir machen's fair. Ich spiel ohne Fliegen. Ich spiel nur mit Laufen. Aber dann bin ich zu langsam. Aber es ist, als ob das hier alles ist. Schon. Da hast du auch diese Musik im Hintergrund, Mann. Die ist schon laut, gell? Okay, wo bist du? Da. Bam! Oh nein! Oh, ich hab dich mit nem Stuhl abgeschmissen. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist zu... Okay, aber hier hinter den Gittern bin ich zu... äh, bin ich safe. Alter, du kannst ja richtig mit diesen Stühlen herumhantieren. Okay, ich nehm jetzt hier meinen Anti-Serenoceros-Pray wieder in die Hand. Oh Gott, wo kann ich mich denn verstecken? Nirgends. Ich krieg dich jetzt instant. Oh! 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 Oh Gott! Nehmen Sie den Stuhl aus der Hand, junger Mann! Ah! Oh, oh! Das war sauknapp. Danke für den Schaukelstuhl! Ah! Jetzt kann ich meine gemütlichen Fernsehnächte noch mal viel gemütlicher verbringen. Auf meinem neuen Schaukelstuhl. Oh Gott, ich will dich nur angucken. Das sah so richtig witzig aus. Du sahst da wirklich wie so ne... Ah! So ist das Leben schön! Ah! Woher kommt dieser andere Stuhl? Kann man hier nicht irgendwie... Kann man hier nicht irgendwie die Bücher rausnehmen? Locker gibt's hier doch noch mehr, oder? Lass mal kurz schauen. Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Ah doch, die Bücher kannst du halten, ne? Ja. Aber ich will wissen, ob man... Ob man hier dann in eine andere Dings kommt. In eine andere Bücherdimension. Genau. Vielleicht kann man hinter ein Bild oder sowas gehen. Ja, ja, genau. Lass mal kurz schauen. Nee. Aber ich denke, hier gibt's nichts. Ich glaub, das ist wirklich nur dieser Raum einfach. Voll langweilig. Das ist ja richtig das Downgrade zu der letzten Map. Ja, übel. Ohne Türen macht das nicht so viel Spaß. Man braucht Türen. Aber versuch mich mal mit nem Buch abzuwerfen. Sollen wir Dings? Sniper. Warte. Ja, guck mal. Komm, ich flieg hier in der Luft und du musst gucken, dass du mich erwischst. Ah, daneben. Wir machen Buchsnipen. Ja, komm klar. Wir machen Buchsnipen. Okay, warte. Nein! Oh, ganz knappes. Ich mach Buchsnipen. Wo hast du gerade geworben? Da war ich nicht wahr. Oh! Oh, das war knapp. Ah! Fress meinen Stuhl! Okay, das klingt richtig komisch. Den Stuhl war ich nicht auch raus. Nein! Da mach ich nicht mit. Riech mal. Riech das nach Tod. Faustkampf. Ja, gib mir mal einen Sniff. Riech da dran. Bist du? Riech da dran. Riech an meiner Handfläche. Okay. Also Fazit, Fazit. Ja, die Map ist jetzt nicht so heftig, aber wir probieren jetzt einfach nochmal die anderen aus. Ja, wir probieren mal einfach alle aus. Okay, drei, zwei, eins. Jetzt mit dem neuen Skin. Go, go Gadgets. Mit dem neuen Skin. Oha, meine Hände sind voll. Ich seh dich einfach schon direkt. Was? Oh mein Gott, da bist du... Wir sind einfach im Büro. Oh mein Gott, das Büro ist ja richtig nice. Oha, das Büro ist riesig. Büro-Map ist richtig krass. Oh! Ah! Oh, ich hab einen Aktenkoffer, wo ich nicht mehr verprügeln kann. Oh. Okay. Aber ich hab auch Tunnel, durch die ich fliegen kann. Ah! Bitte lass mich in Ruhe! Was ist das? Es ist eine ekelhafte Schmeißfliege in meinem Büro. Bam, Junge! Oh! Friss meinen Aktenkoffer! Oha! Ich hab einen Secret... Secret... Secret way gefunden, ne? Ich nehm jetzt hier den Kühlschrank und hau dir den ins Gesicht. Ich hab einfach nen Secret Place gefunden, Mann! Ich hab nen Secret Place gefunden! Zeig mal her deinen Secret Place. Ich mach nix. Waffenstillstand. Such mich doch. Oh lol! Secret Place! Secret Place einfach! Das ist einfach verbuggt, glaub ich! Secret Place! Das Spiel hat 5 Euro gekostet, Mann! So schlecht programmiert! Du musst mich mal suchen, ob du mich findest. Ich boxe einfach überall jetzt um mich. Ich hab mich richtig gut versteckt, aber ich glaub du kannst mich finden. Ich seh da irgendwo was, aber ich weiß nicht, ob du das bist. Doch, das bist du! Das war beim Aktenkoffer! Oh! Erwischt! Oh! Du bist fast tot, ne? Oh Gott! Okay, nächste Runde bin ich. Der Typ telefoniert. Du wirst mich aber nicht bekommen. Oh! Das war so gesnipet! Oh! Das Büro ist richtig geil! Also das Büro ist richtig schwer! Das ist hier wie so ein kleines Labyrinth, Mann! Du weißt, dass ich sehe, wenn du da irgendwas machst, gell? Ah, das bist du gar nicht lol. Das bin ich nicht mal! So dumm! Ich kann dich sehen. Oh, ich hab noch 300 Sekunden. Wenn ich die überlebe, dann hab ich's geschafft. Wo bist du? Ich bin grad ein kleiner Tarnkappenbomber. Du wirst mich niemals finden. Ich hör dich auf jeden Fall, aber... Aber wo bist du? Hä? Ey, ich bin so blöd! Ich verwüste das Büro! Oh! Ich hab halt keinen... Oh! Hörst du dieses Klatschen die ganze Zeit? Friss meinen Metall-Aktenkoffer! Der übrigens sehr teuer war, deswegen möchte ich da keinen Dreck drauf haben. Puh! Ja! Nein! Alter, ich sag dir, es ist so schwer dich zu kriegen manchmal. Alter! Es ist so schwer dich zu bekommen. Das ist so schwierig, Mann! Das ist ja immer schön. Ich frag mich halt, wie kann man das gewinnen als Fliege? Frag ich mich auch, Mann. Okay, lass mal ausprobieren. Also, als Fliege ist echt extrem schwer. Wir können jetzt Wespe spielen. Nee, die Wespe hab ich noch nicht. Wenn du willst, kannst du die Wespe noch mal spielen. Ich hab Wespe jetzt. Dann spiel ich den Dings, den Roman Romanski. Ich spiel einfach meinen eigenen Charakter. Wo bist du? Oh mein Gott. Ja, ich hab dich grad hier gesehen. Ah! Alter, was? Jetzt hab ich dich. Ich kann dich pieksen! Was? Au! Oh mein Gott! Du hast mich gepiekst, Mann! Ich kann mich da kaum noch bewegen, wenn du das machst. Wieso bin ich so langsam? Komm her! Aber, als Wespe hast du ein Problem. Und zwar, du bist größer. Echt? Ja. Oh Leute, ich hab Secret Place gefunden. Secret Place? Hat jemand grade Secret Place gesagt? Ah, da ist er! Oh mein Gott! Nein, nein! Oh! Aber ich kann dich mit der Wespe halt stechen, ne? Ja, sag ich... Ich guck mal, ob ich auch die Wespe spielen kann. Und dann stech ich dich mal. Und dann guckst du mal, wie sich das anfühlt, wenn man gestochen wird. Und dann würdest du nochmal? Ich würd nochmal machen. Dann können wir das gleich einfach so testweise. Okay, mach nochmal. Okay, steht jetzt 2-2. Okay. Ich hab auch das Gefühl, die Wespe fliegt langsamer. Oh, mein Ohr juckt. So. Oh, bist du. Fliegt die langsamer? Guck mal, guck mal. Ich lande dem Typen jetzt hier auf der Schulter, wie sein Papagei. Wo? Bei dem einen, der telefoniert. Ah, ja. Mal her, du. Ja, erwischt. Guck, wie langsam ich jetzt bin. Siehst du? Ich kann kaum noch lachen. Nein! Mal her, du Kleine. Man hat fast gar keine Chance als Dings, als Wespe. Die ist richtig schlecht. Ich bin, als Wespe ist richtig langsam. Guck mal, ich komm dir zu Fuß. Guck mal, wie ich dir zu Fuß hinterher komme. So. Wespe ist richtig los. Wie oft kannst du stechen? Äh, ich weiß nicht. Unendlich, glaube ich. Du Arsch, komm her. So. Jetzt zeig ich dir mal was. Oh mein Gott. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Slap! Mit dem Aktenkoffer. Ha? Ah! Slap! Mit dem Stuhl. Ja, das war's. Ja, die Wespe ist so langsam, man. Die ist so langsam. Die Wespe ist ein richtig schlechter Charakter. Willst du noch mal ganz kurz gucken? Soll ich dich mal damit stechen, damit du die Animation siehst? Ja, mach mal. Ich will mal sehen, ja. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber ich glaube, mit Wespe ist es wirklich unmöglich zu gewinnen. Let's go. Also es ist halt riesig und gelb und... Naja. Wie sticht man? Okay. Auf anklicken. Jo. Richtig eklig. Hab ich dich gestochen? Ne, noch nicht. Stech mal. Haia! Haia! Oha! 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 Alter, ich bin richtig vergiftet worden. Ja, ja. Meine ich ja. Oh! Slabber! Oh! 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 Die Wespe ist übertrieben der Müllmann. Die ist richtig der Müll. Okay. War nice. War nice, Leute. Falls ihr Bock auf mehr habt, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Haus rein, Leute. Tschüüüüüüiu. Okay, Leute. Moin Moin. Was geht ab, was geht ab? Wir spielen heute wieder the space that flight, aber es ist eine ganz ganz besondere Sache, und zwar können wir hier nämlich heute verschiedene Fallen sozusagen aufbauen, in dem die perínden durchgehen muss oder sowas. War das gerade ein deutschen Satz. Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es ein deutscher Satz war. Zack-Zack. Wir können hier auf jeden Fall mega-crazy machen. Zack-zack. Lars macht heute das Level mega crazy. Dann das da. Das riech am Bauen, oder was? Ja, man muss sich beeilen, weil nämlich dieses Ding hier nämlich voll groß ist und man muss da irgendwie voll durchkommen und sowas. So, hier machen wir nochmal ein bisschen Explosion hin. Okay, das da hier vielleicht... Ja, Mann, hier könnten wir so machen. Und hier setzen wir... Ich hab halt nicht so viel Zeit, ne? Bei mir steht noch dran, dass ich in 30 Sekunden losspielen kann. Okay, ja, 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 genau. Das wird spannend, das wird cool. Okay, hier mach ich nochmal einen Propeller rein. Hier unten auch nochmal. Hier, hier die Äxte wieder. Zack, zack. Junge, das ist so kompliziert, hier durchzukommen. Man hat gar keine Zeit, das einzustellen. So, okay, wie weit bist du? Hier sieht's gut aus. Ich bin jetzt bei 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden und die letzte Sekunde ist angetroffen. Also, ich glaube, ich bin sogar fast... Ja, das hier ist das Ende gewesen. Okay, ich hab fast bis zum Ende durchgebaut. Warte kurz, ich muss kurz zu dir. Ich muss kurz zu dir. Okay. Uh, das wird crazy. Also, ich hab's schon... Also, es ist einfach. Ich glaube, du kannst es schaffen, aber es ist auch nicht so einfach, würde ich sagen. Ich bin da, Roman. 3, 2, 1. Let's go, rein mit dir. So, dann geh ich jetzt erstmal hier lang. Da hab ich hier die Doppel-Äxte. Dann geh ich hier durch die Doppel-Äxte durch. Ja, hier sind wieder Doppel-Äxte. Alles klar, komm ich easy durch. Wieder Doppel-Äxte. Die sind aber immer voneinander. Die eine schlägt, da schlägt die andere. Da musst du dann immer einen guten Moment finden. Oh, jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant. Jetzt kommen hier die Propeller. Ein Rotor-Block? Okay. Ja, mach's... Nein! Alter, ist das schwierig. Da hat's mitgenommen. Da hat's mitgenommen. Du musst jetzt erstmal wieder zur Stelle kommen. Schwierige Kiste, schwierige Kiste. So. Okidoki. Okidoki, okidoki. Jetzt muss ich hier wieder warten, bis ich hier wieder durchkommen kann. Ja, ja, ja. Und dann muss ich hier warten. Der hat dich eben gekriegt. So. Uh, 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 uh. Nein! Oh Mann! Mann, das ist so nervig, diese Rotorenblätter. Ich frag mich, warum du nicht noch mehr dahin platziert hast, Mann. So. Flieg doch einfach. Nein, ich sag dir nicht, die fliegen... Nein! Jetzt hatte ich ja mal das Ding gekriegt. Jetzt hat mich ne Angst einfach geholt. Also, ich will ja nichts sagen, aber das ist halt ne Noob-Action. Das ist Noob-Action, Roman. Ja, Alter, ich möchte mal sehen. Ich baue dir auch gleich mal eine Karte. Ok, dann, wenn du mir gleich den Parcours baust, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich mach alles plan. Okay, dann kannst du ja selber Parcours machen. Okay. Alter! Die ist einfach hinter der Wand. Man sieht das nicht. Junge, das ist der Parcours des Wahnsinns, Alter. Echt, der Parcours des Wahnsinns. Das ist schon, nach einer Zeit ist es schwierig, wenn man sich auch beeilt, so. Alter, das ist immer die hinter... Ist da hinter der Tür noch eine? Ja. Das heißt, da sind drei Äxte. Ja, aber du musst halt einfach nur richtig fliegen. So. Yo! Hat er nicht gemacht. Hat er richtig gut gemacht sogar. Oh Mann, Alter! Das ist richtig schlimm. Richtig schlimm, diese Dinger. Ey, hör zu, ich geb dir einen Tipp, okay? Ich geb dir einen Tipp, wenn du... Ja, man kann oben lang fliegen. Wenn du einfach an der Decke lang fliegst. Ja, ja, wenn du an der Decke lang fliegst... Oh Mann, jetzt ist da noch eine! Das ist so schwierig hier zu gewinnen, Alter. Yo! Ich lach mich hier gerade richtig kaputt. Alter, das ist so stressig. Das macht richtig Spaß. Jetzt aufpassen. So, jetzt lass ich dir hier vorbeifliegen. Jawohl. Jetzt flieg ich da durch. Und jetzt hier an der Decke. Ne, Mann, das geht auch an die Decke. Aber das ist einfacher. Versuch mal ganz oben links. Oh, oh, oh! Okay. Und so. Okay, bin durch. Alter, das ist aber Dynamit, Mann. Soll ich hier TNT? Kann ich das drücken? Oh! Nice. Oh mein Gott. Wild. Ich kann nicht beobachten. Nein! Nein, Alter! Ich bin da jetzt einfach gerade an der Axt wieder gestorben. Das ist nämlich, das ist das Ende. Das ist das Ende, Roman. Das ist das Ende. Das ist das Ende, ja. Danach kommt nichts mehr. Ich mach das jetzt richtig glatt fertig. Diese hinter der Tür, diese Axt, das ist das Schlimmste, Mann. So. Propeller. Oh mein Gott, das ist so intens. Diese Propeller sind so fies. Diese Propeller sind so fies. Alter! Das ist, die sind so schnell, diese Propeller. Ich schwör's dir, als Fliege vergeht die Zeit viel schneller. Du kannst, du kannst auch aufgeben. Ich mein, als Ziege. Ich geb mich auf. Ich mach das schon fertig. Hast du gerade, als Ziege vergeht die Zeit viel schneller. Als Fliege. Ja, das sieht gut aus. So. Oh. 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 Alter, man kann das nicht abschätzen, ab wann das wo ist. Weil der Raum so klein ist, kann man das nicht sehen. Du wirst es gleich selber spielen, dann wirst du es selber bemerken. Ja, ja. Das ist richtig schwierig. Ich werde das Ding richtig holen. Pass mal auf. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Okay, gut Roman. Das ist sehr gut. So. Oha. So. Oha. Okay, jetzt ist hier der Laser. Pass auf. Da sind drei Stück. Vier Stück. Zwei Stück da, zwei Stück da. Ah, einfach sneaky. Einfach sneaky. So, jetzt hier in den Keller muss ich. Okay. So, ach man. Okay, ich kann hier hochfliegen. Ja, als ob. Hä, das ging. Äh, ist drinne. Und dann hier durch. Das ist der Endspurt. Der Endspurt. Der Axt-Endspurt. Das ist der Endspurt. Ich hab's gleich. Ich hab's. Ich bin durch, Mann. Nein. Ich bin im Ziel. Ich kann nicht mal drücken. Hast du es geschafft? Ich glaube schon. Ja, da ist die Flagge. Ich sehe die Flagge. Ja. Oh mein Gott. Okay, okay. Jetzt mach du mal. Ist das stressig. Okay, jetzt will ich mal sehen, wie du eine Map machst. Und ich probiere es mal aus. Ich probiere es mal aus. Okay. Bitte, Roman. Bitte. Lass mich nicht tilten. Ich mach dir eine Map, die circa. Ich mach dir eine Map, die circa gleichmäßig ist, okay? Okay, gleichmäßig. So wie du auch für mich gemacht hast. Okay, dann mach ich dir jetzt eine fertig. Ich nehm Fliege, oder? Ja, ich glaub ich nehm Fliege. Wie du willst. Komm Fliege. Ich glaub Fliege ist einfach. Okay. So, okay. Let's go. Ich bin ready, Teddy. Warte, ey, du musst noch kurz auf mich warten, bis ich wieder da bin. Ich hab den Parcours schon für dich gemacht. Flieg dich schon mal warm. Mach deine Schultern warm. Los, du schaffst das. Das ist jetzt für dich. Diese Karte ist für dich, Mann. Okay. Also Leute, Roman hat ne Karte für mich gemacht. Ich bin gespannt, Roman. Bist du da? Zähl runter. Ja, Mann. Ich bin, glaub ich, gleich da. Jetzt. Dann in fünf, vier, drei, zwei, eins. Los. Und los. Okay, hier ist gar nix. Oh, mein Gott. Mann, ich bin jetzt hier die ganze Zeit im Kreis, gell. Wie soll man? Okay, bist du bereit, Mann? Das schafft niemand. Du schaffst das. Du schaffst das. Weißt du, was du jetzt gemacht hast? Du willst jetzt, dass ich das hier probiere. Das ist niemals möglich. Ich seh dich nicht. Du sagst so circa am Dings. Das geht gar nicht. Wo bist du denn immer? Das ist doch niemals. Du hast da drei Stück hingehängt. Das ist niemals machbar. Niemals. Du willst es hier nur machen, weil du eben bei mir die ganze Zeit... Aber dafür ist er kürzer. Dafür ist er kürzer. Das geht gar nicht. Doch, jetzt kommt. Du schaffst das. Das geht... Die fliegen alle gleich. Die sind alle gleich. Und da, du kannst nach den zwei, kannst du stoppen. Und dann kannst du warten und durch den dritten fliegen. Aber du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Das geht nicht. Das ist nicht machbar. Du kommst ja nicht mal durch den ersten durch. Du musst ja mindestens den ersten schaffen. Roman, das funktioniert nicht, was du hier aufgebaut hast. Ich bin bei dir auch durch zwei geflogen und danach eine Axt ausgewichen. Und du hast da einen guten Abstand. Das geht nicht. Doch, natürlich geht das. Das funktioniert nicht. Nein. Das, was danach kommt, ist aber dafür leichter. Du musst nur das schaffen. Danach wird es leichter. Oh, ich hab's. Aha. Siehst du? Oh, oh, oh. Hä? Ist nur einer. Ist nur einer. Äh. Okay. Und ansonsten kannst du da, du kannst da am Boden. Genau. Ja. Alter, du hast hier so viele Minen an der Decke. Junge! Junge, was hast du gemacht? Los, komm. Geh da durch. Was hast du getan, Junge? Komm, geh da durch. Ich will dich sehen. 270 Sekunden hast du noch. Alter, kannst du voll knicken? Was hast du getan, Junge? Naja, die Äxte kannst du ja easy überleben. Die sehen eigentlich schlimmer aus, als sie eigentlich sind. Das einzige Problem ist nur, dass du die Propeller halt schaffen musst. Und du hättest eigentlich den Propeller easy machen können. Oh, da bist du zu gierig gewesen. Du musst halt rechts lang fahren. Unten rechts, dann kommst du dran vorbei. Unten rechts, okay, okay. Ja. Also, wenn du nach den Äxten da bist, dann kannst du da einfach unten rechts lang. Du musst halt nur diese drei Propeller da schaffen. Kann sein, dass einer zu viel ist. Es ist so crazy, was du da aufgebaut hast. Da explodiert einfach irgendwas. Komm, ey, was machst du da? Einfach nur da durch. Jawohl. Jetzt langsam. Stell dich mal nicht so an, das ist doch voll einfach. Alter, meins war viel leichter als deins. Was hast du hier gemacht? Na klar. Meins sieht nur brutaler aus. Das ist nicht so brutal. Du kannst es schaffen. Du hast noch 200 Sekunden. Machst mich in Ruhe. Du fährst halt voll in die Klinge rein. Das machst du, nicht ich. Ich kann dir nicht dafür, dass du da... Hallo? Du, ich möchte dich nur daran erinnern. Du hattest fünf Stück hintereinander in einem Tunnel. Ja, aber das war leicht. Das hätte ich easy selbst auch geschafft. Na klar. Du machst so fünf Stück direkt ineinander. Nee, 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 nee. Habe ich das später gemacht. Aha. Also, ich sage es dir. Du hast es auch so schwer gemacht. Habe ich nicht. Wenn ich sogar vielleicht ein bisschen... Komm, mach, probier. Aha, guck mal, wie leicht du das immer schaffst. Und jetzt, den musst du packen. Du stirbst halt immer nur an dem einen. Ja, aber der ist auch blöd. Du hast den auch richtig kacke gesetzt. Ja, den kriege ich... Ja, hallo, deiner war... Deine waren alle so gesetzt. Ich fliege da jetzt einfach durch. Straight, oh. Oh? Ja! Unten. Und jetzt unten rechts lang fliegen. Dann kommst du durch. Siehst du? Das sind die Tricks. Siehst du, es geht leicht. Ich hasse dich. Du musst nur wissen, wie es geht. Leicht geht das. Ich hasse dich. Sprich mir nach. Leicht. Leicht. Das ist leicht. Hier explodiert einfach wieder irgendwas. Nice. Okay, bin wieder da. Bin hier. Man darf eigentlich nicht stehenbleiben. Sobald du stehenbleibst, hast du verloren. So. Jetzt pass auf. Das kannst du schaffen. Das kannst du schaffen. Aber nicht an die Decke gehen. Oben sind überall Spitzen. Ich hatte sie in der Mitte einfach gelegt. Genau. Oh mein Gott, Joby, was machst du? Hier komm ich nicht durch. Los, komm, du schaffst das. Da komm ich nicht durch. Das ist zu dick. Soll ich noch was... Geronimo! Alter, du hast so einen schweren Parcours gebaut. Du hast einen so schweren Parcours gebaut. Explosion kommt! Ja, komm, mach mal. Du hast einen so unfassbar schweren Parcours. Komm, mach die Orbi. Komm, mach die Jungen. Alles voll mit der Explosion. Explosion. Oh mein Digga, das ist nicht dein Ernst. Komm, los. Geh da durch. Das ist nicht dein Ernst. Kann ich dir das ausmachen? Kommst du da überhaupt durch? Keine Ahnung. Ganz rechts. Ich hab gedacht, dass du vielleicht ganz rechts durchkommst. Ah, siehst du, geht doch. Geht doch ganz... Au! Kurz vor knapp am Ziel gestorben. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Alter, das ist ultra schwierig. Nee, hättest du das jetzt geschafft, hättest du gewonnen. Ja, ich weiß, dann hätte ich's geschafft, aber das ist auch unnormal schwer. Siehst du? Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Das war ein Parcours, der war machbar. Es ist machbar, aber weißt du, wie viel Glück du dafür brauchst? Das ist nicht mehr normal. Nee, brauchst du nicht. Du hast doch gesehen, das war alles... Ich hab ja nur nicht mal die ganzen Bomben gezündet, doch rechtzeitig. Ich hab ja... Bei den Dynamids hab ich ja doch richtig Gnade mit denen. Wenn man da wirklich schnell durchfliegt, könnte man's schaffen, aber nee. Das war schwierig, Alter. Aber geil, es hat voll Spaß gemacht. Das war cool. Okay, okay, Leute, falls es euch gefallen hat, lasst eine Million Likes da. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Slap the Fly wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Macht's gut. Tschüss. Yo, Leute, willkommen heute zurück zu Slap the Fly mit Roman. Roman, hallo, hi. What up, what up, what up, man? Was geht, was geht? Okay. Okay, ich spiel die Oma, du spielst ein Insekt, okay? Okay, ich wähl mir ein Insekt aus. Eine Ratte darf ich nicht nehmen, ne? Ja, Ratte ist nicht erlaubt und Kassem ist auch nicht erlaubt. Okay. Oh, krass. Oh, wo ist denn... Wo ist denn mein Kuchen heute? Wo ist denn mein Kuchen? Oh, was geht es denn heute hier? Wir müssen hier unseren Kuchen backen. So. Ich muss hier meinen Kuchen backen. Hier, mit diesem Ding hier. Mit diesem Kuchen backen. Hey, da ist ein Insekt an meinem Kuchen. Weg da, du dummes Insekt. Weg da. Njam, 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 njam. Na, nein. Hey. Hey. Leute, ich treffe dich nicht. Du dummes Insekt, was soll das? Guck mal, ich kann mein eigenes Spiegelbild nicht mal sehen. Hey. Hör auf, du dummes Insekt. Hör auf, mein Kuchen. Hinter dem Kuchen bin ich für immer und ewig sicher. Loll, bist du halt wirklich. Ich halte jetzt hier Dings. Hör auf, sie auf mich zu schlagen. Ich lass dich jetzt hier nicht durch. Ich bin ein fliegender Stuhl. Hör auf, den Kuchen zu essen. Mein lecker Kuchen. Hey, nett, mein Kuchen essen. Au. Oh mein Gott, ist das ein, ist das ein blödes Spiel. Aber es gibt tatsächlich eine bessere Taktik, als ich sie jetzt gerade gemacht habe. Ich glaube, jetzt bin ich erstmal dran und jetzt kann ich mal die Taktik ausprobieren. Oder willst du, komm, ich bin nochmal Oma. Ich bin nochmal Oma. Okay. Ja, sag mal, was du kannst. Wo sind, wo sind meine Zähne? Wo sind meine... Okay, einen Schlag habe ich schon gehittet. Machst du da gerade die... Das ist die Schlürftaktik. Manchmal schlürfe ich von der einen, manchmal schlürfe ich von der anderen. Ja, und ich schlürfe jetzt nämlich dein Insektenblut. Guck, man kann so eine kleine Taktik machen, indem man da einfach immer nur... Au. Weißt du, was ich jetzt nach dir werfe? Den Wasserkocher. Den Wasserkocher? Okay, jetzt werfe ich einfach diesen Topf nach dir. Ich werfe dir die Sachen zurück. Jetzt schmeiße ich den Teller nach dir. Oma. Du wirst niemals meinen Kuchen essen. Oh mein Gott, du hast ihn wirklich fast gefressen. Aber ich habe dir auch viel Zeit gelassen. Ich habe dir viel Zeit gelassen. Ich habe dir viel Zeit gelassen. Aber Kuchen gegessen. Es war gut, es war gut. Aber ich habe dich trotzdem gewinnen lassen. Ja, nee, sieg mir nicht dein Haus. Du hast mich immer aggressiv abgeworfen. Nein, habe ich nicht. Nein, nein, nein. Okay, dann machst du jetzt Oma so und du darfst mich nur abwerfen. Nur abwerfen? Okay. Nur abwerfen. Eine Runde so, eine Runde so, okay? Okay, eine Runde mitschlagen oder eine Runde nur mit abwerfen? Nein. Nein, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ah, es lag. Oh mein Gott, mein Spieler hat gerade gelaggt. Bei dir auch gelaggt? Ja. Wo bist du denn? Versteckt. Gucken, ob du mich findest, du alte Oma. Du alte Schachtel, hä? Na, komm doch mal her. Hä, wo bist du denn? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ist voll schwer, mit Sachen abzuwerfen. Ja, ach nee. Das laggt ja auch manchmal, wenn man es in die Hand nimmt. Oh, komm schon. Nein. Oh, dieser Kuchen schmeckt so gut. Oh, Alter. Ich habe richtig dieses Ding. Hä, ich kann nicht gar... Habe ich dich schon mal abgeworfen? Nö, noch gar nichts. Hä? Ich kann dich ja gar nicht treffen. Tja, weil du schlecht bist. In Fahrkreisen nennt man dich auch einen Verlierer. Nein! Jetzt habe ich nur meine Munition hier hingestellt. Meine Munition. Tja, wo bin ich jetzt? Mir egal. Du Noob. Nein! Als ob. Komm schon. Friss, 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 friss. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Komm her! Ja! Nein, da fehlt noch was. Ja! Nein! Alter, hättest du mich jetzt noch einmal gekriegt, dann wäre das Ding hier... Nur mit Werfen ist richtig schwer. Okay, jetzt mache ich mal... Jetzt mache ich mal... Warte, hatten wir jetzt... Jetzt noch einmal so eine Runde und dann mache ich nur noch mal mit Werfen, okay? Okay, ich mache mit die ganze Zeit Schlagen jetzt. Ja, okay. Okay. Zeig mal, was du kannst. Alter! Slap! Alter! Slap! 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 Mit Besen, Alter! Aber ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat. Bei dir habe ich auch die ganze Zeit so mit dem Besen so... Bam, 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 bam. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Vielleicht war das ja auch einfach gerade Glück. Alter, diese Runde ging ja gerade mal so... Komm, lass es nochmal machen. Ja, ja, das war die schnellste Runde überhaupt. Aber ich mache jetzt nur mit Händen, okay? Okay, jetzt machen wir nur mit Händen. Ja, mit Besen ist unfair, mein Besen ist brutal. Komm her. Versuchst du die Dings, die Kreuztaktik zu machen. Man ist aber nicht dran, wenn du hinterm Kuchen bist. Da muss ich den Besen nehmen. Tut mir leid. Nein, nein, Junge, tut mir... Ich sehe nur so, tut mir leid. Und du hast dann so direkt den Besen nachgeladen. So, den letzten Dingswurf mache ich einfach mit der Pfanne. Alter. Das sah richtig gut aus. Voll den Headshot gegeben einfach. Du hast dich einfach so richtig angestarrt. Ja, ich habe gewartet. So, Leute. Jetzt geht es wieder los. Ich muss meinen Kuchen... Loool. Alter. Oha, Spinne hatten wir noch gar nicht. Schnabulierst du da gerade etwa den Kuchen? Achso, ich habe gesagt, nur werfen, gell? Nö, kannst du doch mit Angreifen machen. Alter, nur mit Werfen. Spinne... Spinne nur mit Abwerfen ist Pro-Mode. Ja. Oh mein Gott. So nubig, Alter. Ich muss meine Munition nachladen. Ja, easy game, Alter. Ich kriege dich. Ja. Nein, mit den Tellern, oder was? Ich habe dich einfach weggesniped. Einfach mit den Ninja-Teller, mit den Chakras. Soll ich mal Spinne machen? Spinne ist richtig low, Bob, Alter. Mach mal, mach... Nee, mit der Spinne kannst du schon vieles machen. Die ist halt schneller. Also die ist am allerschnellsten von allen. Okay. Oh mein Gott, es lag wieder. Der Kuchen wird gefressen wie ein Wahnsinniger. Hey, Oma. Wo ist denn dieses Ding? Ich will deinen Kuchen fressen. Ah! Hä, wo bin ich? Ich kann da nicht dran. Ja, ich habe dir eine Barriere gebaut, so dass du nicht mehr drankommen kannst. Hey, was soll das denn? Ich fress jetzt den Kuchen. Ah! So, Slap. Ich komme nicht mehr weg. Zoom. Ich habe hier einen Ninja. Zoom. Wo bist du denn? Zoom. Oh mein Gott, das war so low, Alter. Oh, einfach abgesniped wie mit einer Sniper. Okay, nee man, kannst du vergessen. Okay, letzte Runde entscheidet, okay? Letzte Runde entscheidet, los geht's, komm. Letzte Runde entscheidet. Willst du? Willst du? Ich bin Oma. Nein, ich bin Oma. Weil die Oma ist am brutalsten. Ich mache Spinnen-Pro-Mode, so dass du es gar nicht schaffen kannst, zu gewinnen. Okay, letzte Runde entscheidet jetzt. Okay. Spinnen-Pro-Mode machst du? Mhm, mhm. Ich mache Spinnen-Pro-Mode. Hörst du diese Musik? Ja. So, jetzt pass mal auf. Yo! Okay. Ich bin Pro-Mode. Okay, einmal. So, jetzt reicht es mir nämlich auch. Jetzt nehme ich meine Sniper-Teller. So. Oh. Eine Schüssel. Warte, nein, ich brauche den Teller. Mit dem Teller treffe ich immer. Ja. Nein! Nein! Teller ist, Teller ist einfach Sniper, wirklich. Okay. Der Teller ist einfach die Sniper. Leute, lasst ein Like da, so wie immer. Und wir sehen uns morgen wieder beim weiteren Video. Und schaut bei Roman vorbei. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.